Du machst es selber aus, denn jetzt steht A, F, D, E. Ja, es stellt sich selber ein, ja. Jetzt ziehst du mal irgendwas an, gehst du mal wo hin? Ob du ein Postel oder was nicht? Dann drückst du die Taste und dann regelst du es selber. Okay. Wenn du es auf der Position hast, also wenn du es die ganze Bühne hast, dann verschwimmst du das Tau auf. Du kannst es positionieren, manuell Fokus kurz einstellen. Ja, aber wenn ich dann so rum... Linie und her macht nichts. Aber wenn du da vor und zurück gehst, dann musst du manchmal ein bisschen nachhinken. Und das da oben ist Fahrtbedingung, gell? Guck aus wie beim A2, D2, so an dem schon. Musst ausbilden, wenn du weiter her und weiter zurück gehst, dann musst du ein bisschen nachhinken. Aber das läuft ja noch auf M11, oder? Ja. Ja. M11, Motherfucker. Auf jeden Fall, mach' ich schärfe. Ja, vorhin haben wir geschrieben. Mach' mal ein Doppelpack CD. Genau. Schau. Am besten mal die Vermixie auch noch. Stimmt das schon da? Stimmt das schon da? Stimmt das schon da? Und Moritz da oben. Und da kommt noch, weiß ich, okay. Ja? Hast du mehr zu protect? Ja, so ist das schon da. Ha? Was? Wie bist du total von der Luft? Na, weißt du? Na, weißt du? Das stimmt. So doppelt sich egal. Einmal angeschlagen oder einmal normal? Video und Homepage noch. Ja, mal komm. Das heißt, Fleisch 4. Hm? Hm? Der ist schon. Das wird gut. Hm? Jetzt? Manual Focus, Alter. Schau, wie die Sau. Echt jetzt? Ja. 14.04. Warte, warte, warte. Schau mal, was ich für die Mäle krieg da. Warte. Erste. Ich bring... ...den Lieschel so. Zwischen 14.30. Liesch. Und 15.30 vorbei. Lieschel so. Das heute saufen wir uns. Total dicht und... ...pennen beim... ...Elwis. Falls noch. Alles spiegelt voll. Was? Warte mal. Was ist? Was bist zwei in der Arbeit? Ja, ich war bis halt drei. Und Mitch. Ja, cool, Mann. Wie viel Rettung? So. Wie pennen wir Elvis seine Schwester? Haha. Mächt? Pssst. Was ist mit dem Elvis seine Schwester? Wie ist mit dem Elvis seine Mutter? Wie ist mit dem Elvis seine Mutter? Weißt du? Wer penn ich? Wo penn ich? Wo penn ich? Du pennst bei der Mutter. Du pennst beim Vater. Und wir penn der Schwester. Du hast Finanzamt Augsburg angerufen an einem Baumeister am Telefonkarte. Ah, ah. Aber ich hab mir nichts mehr kennengegeben. Wie ist der Baumeister? He? Aus Fillerbach. Baumi. Ja. 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 Es ist. Seine Dinger da halt. Weißt du ja. Seine Dinger. Ja. Ja. Das ist. Das ist. Wie ist's? Wie ist's? Das ist hier oder? Ja Jungs. Ich hab jetzt die Idee was wir machen. Ich fahr jetzt. Hey. Ich fahr jetzt halt. Ich bin dann eine halbe Stunde wieder da. und dann fahren wir zum Kebab nach Buddenlösen und hocken uns rein, zu Lars und Teile, saugen ein paar Bomberle Ja du, wie gehen wir da eins? Wenn wir keins gehen, dann stellen wir uns auf den Tisch und scheißen hin So, wie schwörst du, gell? Warte noch! Ich bin schon alles Ich bin smart and fucking Ja, halt, klopfe Dann gehen wir voll hin, Schlagringe und Das ist ja gut Ich bin der Gesellschaft als erstes Hallo Strasse drin Die haben so eine Disco-Tanzfläche, gell? Mit Lichter unten drin Cool Gibt's da also Jigs for free Ja Money for nothing and Jigs for free Gell, für nichts Ja Heute kommt das Latko auf Harald Schmidt Ja Ja, müssen wir doch sagen, wir wollen Fanseesat 1 Das wäre wenig Ja, da muss Ruhe sein Und wenn ich nachher schraube Und mit den Proofies Die Kassette kannst du verwenden, gell? Ja, wo kommen denn die Biers her? Eineinhalb Stunden hast du Zeit Kannst du aber auch in der Umfeld schalten Das sind ja schon 6 Minuten und 53 Sekunden Ja Das Bier muss noch mit, oder? Ich würde sagen, es waren die gleichen Ich würde sagen, es waren die gleichen Ich weiß nicht, wie lange nichts mehr Ich muss da ja noch irgendwas schlippen oder was, oder? Ja 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 Da müsste sich einer zu erkennen geben Ja 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 Das war ein Wichser zu melsen Da ist noch ein bisschen Ah Ja Wie willst du das machen? Wo willst du das? Wie willst du das heute noch meinen? Auf jeden Fall So, stinkst du eh eh dann auch wieder Auf jeden Fall Stinkst du auch dann auch wieder Das ist doch gar nicht Ja Was ist das? Was ist der scheiß Knopf? Settles Kalisau du Kalisau Da sieht man immer nur einen Albi und einen Frunkel aus der Kapptasch Frunkel? Auf dem Arsch Na, das ist Tinga Ja Es war wirklich O demonst arrangement apt humanity hoch Arsch Reaktieren Dann bal hug Hö, Hö, Hö Dich So Krass. Schreib. Hey, Lutscher. Darüber. Ja? 15. Ja. Ja. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. Das ist mit Harald Schmidt schockend. Mit der Molle. Mit der Molle präsentieren. Ja. So. Wird er noch? Molle. 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 Wie heißt es? Halb Mensch, halb. Halb Möte. Halb Mensch, halb Köter. Halb Hund, halb Köter. Halb Mensch, halb Köter. Halb Hund, halb Köter. Ja Mensch, mh und Köter. Monk? Halb Hund, halb Möter. Halb. 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 Monitor. Nee, du kannst dich ja arg verdauen, aber nein, da hat ein Monitor. Das ist nicht scheiße. Ja, bist du nicht... Ja, bist du nicht... Ja, der Pfeifer sagt. Ich denke, du bist nicht... Ja, Mann, du geh mal aus. Dann kannst dich ja auch da ruhig schregen halten. Kick the PA. Today. Also dein Ding nimmst nicht mit, gell? Ja, Baby. Ja, du nimmst es mit. Ja. Ja. Scheiße werden dann doch die Schrauben. Ja, ich schätze mal, dass ich gerade eins von Schrauben hab. Ja, was ist Schrauben? Ja, bloß halt, dass die Gelds da nehmen oder irgendwas. Ich hau schon Geld auf den Sand. Ja, Jungs, ich dusche jetzt. Dann bis dann, okay? Ja, du, lass uns lieber was bestellen hierher, würde ich sagen. Bis du duschst, ist es da. Ja, ich muss noch heim. Ja, ich muss. Ja, und... Beim Chines? Nein, vergiss es. Ja, wo willst du jetzt bestellen? Ich muss dir noch einen runterholen. Na, krass. Kannst du dir auch. Hey, wo willst du jetzt bestellen? Hol dir einen noch. Ich will noch was machen. So, ich bestelle mir was. Nein, ja, aber ich muss heim noch. Nimm erst mal deine Lieblinge. Ich mach mal kurz. Ach. Ach. Jol, ich überlachte immer wieder gern bei dir. Komm, ich muss um. Wieso? Oh, komm, sag uns einen Grund. Ich muss mich duschen. Ja, aber halt gerade bei dir. Komm, geh raus, spritz mal die Haken und Rappis. Ich muss mich schlafen. Ich muss das nicht runterholen mit dem feinen Hildband. Ach so. Du wirst sogar schalldicht die Kabine, dass die keine grunzen hören. Und Klagzeug machen. Ja, hey, wo willst du was bestellen? Das geht doch gar nicht. H-Stab 5 in Guttenwissen. Und in Watting, das glaube ich auch H-Stab 6. Das ist auch Kebab. In Guttenwissen. Kebab in Guttenwissen. Gibt's so was anderes wie Kebab? Käsepizza. Käsepizza mit Kebab. Oder Hacksteischpizza. Oder ohne Kebab. Oder ein Kebab und ein Salami drauf. Ja. Salami Kebab. Aber der fährt ja nicht. Ja, aber der fährt nicht. Oder fährt nicht? Ja, der fährt nicht. Ja, der fährt nicht. Ja, der fährt nicht. Oder Kebab. Alles kannst du essen. Das ist geil. Das ist schon ein Schnitt von Kommis. Dann suchen wir Steiner noch. Ja, genau. Das machen wir dann. Jetzt fahr ich heim, dann fahren wir hin, okay? Ja, okay. Wir müssen die Hand schneiden. Ja, dann. Hier kein Benzin mehr. Komm jetzt. Okay. Kannst du essen? Kannst du noch? Du musst schon da. Was? Was hat er gesagt? Stopp schalt. Also, hey, warte jetzt mal. Stopp. Ich hab mir gedacht. Wann war ich? Wo ist es denn? Philipp war. Na ja. Ich glaub nicht. Sehr schön. Das wird ein Sprit ausgegangen nach dem Kirchberg. Hey, was machst? Dann hörst du nicht glücklich an. Wir kämen. Okay. Puh nicht. え. Ich hab einen Milch Quinn. Ich hab ihn gesagt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020